Musik Herzlich Willkommen im Landgassofiedler. Bei uns erleben Sie das ganze Jahr über kulinarische Leckerbissen. Musik Kommen Sie doch von April bis Juni zu unserer Spargelzeit. Eine Spargelcremesuppe vorab. Zum Hauptgang präsentieren wir Ihnen dann zu den weißen Stangen aus der Region gebeizten Lachs, Roastbeef und Kartoffeln. Musik Frische Erdbeeren und Moose runden den geselligen Tag ab. Musik Wir spielen auch die romantische Karte. Buchen Sie doch bei uns einen Candlelight Dinner mit Kerzenlicht und unserem hauseigenen Fiedler-Sekko. In romantischer Atmosphäre genießen Sie ein Drei-Gänge-Menü mit passenden Weinen. Musik Unsere selbstgemachten Nudeln sind nur ein Highlight von vielen, das uns einzigartig macht. Musik Uns liegt die Herkunft unserer Produkte sehr am Herzen. Wir wollen die Erzeuger kennen und wissen, was dahinter steckt. Wir wollen erfahren, wie der Herstellungsprozess für unsere regionale Qualitätsware abläuft, um Ihnen diese guten Gewissens präsentieren zu können. Musik Das zarte Fleisch können Sie bei einem Fondue-Abend in der Winterzeit genießen. Ob mit der Familie oder mit Freunden, der Genuss steht im Vordergrund. Musik Natürlich stehen wir aber auch für die täglich fränkische Küche. Musik Frische Karpfen Die Gans Pärlauchsuppe Musik Und das traditionelle Schäuferle stehen auf unserer wechselnden Karte. Musik Gekocht wird bei uns nur mit frischen Produkten, denn sie sollen diese Frische auch schmecken. Musik Oft scheuen wir dafür auch keine Mühen und suchen nach besonderen Spezialitäten. Musik Auch Hochzeiten und Geburtstage können Sie bei uns in vollen Zügen genießen. Musik Auf Wunsch bereiten wir eine frische, knusprige Gans für Sie und Ihre Gäste zu. Musik Und sorgen in heimischem Ambiente auf Wunsch auch für musikalische Unterhaltung. Musik Was Sie ganzjährig nur im Landgasthof Fiedler finden, ist ein Bierkulinarium mit mir, Frankens erster Biersommelier. Es erwartet Sie ein Menü rund ums Bier. Sie können Bier mit allen Sinnen genießen, es fühlen, es riechen und es schmecken. Musik Den Höhepunkt bildet das Bierstacheln, das Sie erlebt haben müssen. Musik Mit erlesenen Biersorten aus dem In- und Ausland und Informationen zum Hopfenbräu aus erster Hand. Musik Im Sommer laden wir Sie herzlich in unseren Biergarten ein. Musik Wir können Ihre Kinder spielen, während Sie aus Köstlichkeiten vom Grill wählen können. Auch ein eigenes Barbecue für Sie und Ihre Freunde bieten wir selbstverständlich an. Musik Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und für ein paar Stunden dem Alltag entfühlen. Musik Kommen Sie zu uns und überzeugen Sie sich von unserer Gastfreundschaft. So wie frischen Gerichten und dem Wohlfühlambiente. Wir freuen uns auf Sie. Musik Musik Kommen Sie zu uns und überzeugen Sie sich von unserer Gastfreundschaft. Kommen Sie zu uns und überzeugen Sie sich von unserer Gastfreundschaft. komt Sie sich bei uns zu uns undfö Alexe in die Situation ein. haut